Wenn ich ein krankes Kind behandle, gewinnt das Kind meine volle Aufmerksamkeit. Woher das Kind kommt, welche Familie er hat, zu welcher Religion er angehört, all das spielt keine Rolle. In der letzten Zeit hatten wir viele kleine Patienten aus armutsbetroffenen Familien gehabt. Dank unserer Spender konnten all diese Kinder bei uns behandelt werden. Ihnen alle danke ich im Namen dieser Familien für ihre Unterstützung.